Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. So, wir starten nun mit Episode 3, Die Hölle ist leer. Ich wusste nicht, was es war. Es gibt viele Blame, um sich herumzuhren. Was bedeutet das? Du hast meine Hand gezwungen. Das ist eine Begründung von deinen Aktien, Chloe. Wir beide sagen, dass die beste Sache für alle an dieser Stelle ist, dass ich mich in. In ein Millionen Jahre, ich habe nie gedacht, dass du David wählst über mich. Hey! Blackwell ist mit mir fertig. Ich kann nicht mehr nach Hause gehen. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. I want my fucking money! Juliette is waylaid. That infernal Inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw... That wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother, but the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. Chloe. Um... I'm right here. Gut, ich brauche dich. When I was in high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive. So passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families. Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her. For who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Let's be peace. So Zeus. What you saw at the overlook, Rachel, it was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. not after what she'd done. But after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. it pained me to hurt her like that. But I do it again. And again. And again. To keep you safe. But she doesn't think she's in a age where she that she could tell her. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel it cannot be. You think you have the right to decide that for her? When I left Sarah when I took Rachel away I truly believe I saved her life. And I will continue to protect her no matter what. But maybe she's different now. People change, right? Maybe so. but consider that for 15 years she's preferred that money to you. Rachel I think I need to lie down. heartes habe ich mich jetzt erschrocken so hier sind wir nun beim tagebuch eine neue seite ist dazu gekommen die letzte war ja wo wir dem tagebuch berichtet hatten dass wir mit emma abhauen wollten also mit rachel abhauen wollten und dass wir uns geküsst haben nun ist eine neue seite dazu gekommen 8.5.2010 max ich dachte das merkwürdigste an den embers sei wie normal sie sind sie wirkten wie eine familie aus einer schlechten sitcom der 90er und ich tat mein bestes die rolle der schrulligen und doch liebenswerten besten freundin zu spielen ich sprach mit rose rachels überrascht cooler mutter und half ihr beim tisch decken das ziel war es rein und rauszukommen ohne eine szene zu veranstalten damit wir flüchten konnten soviel dazu ich konnte nicht einfach da sitzen und rachels betrügerischen vater so arrogant tun lassen ich wies diesen selbstgerechten arsch zurecht und brachte sogar rachels mutter gegen ihn auf dann drehte rachel durch ich schätze sie erträgt die lügen nicht mehr sie erzählte ihrer mutter dass james mit dieser frau rum gemacht hatte alle schrien herum und bevor ich mich versagen rachel im zerstörungsmodus auf den tisch los dann kam endlich die wahrheit heraus rachels mutter nicht ihre mutter rachels echte mutter park knutscherei ich umgehauen chloe die schrullige und doch liebenswerte und wir haben natürlich eine neue person dazu gekriegt und zwar ist das sarah rachels mutter was kann man über eine frau sagen die so mysteriös ist dass ihre eigene tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat james erzählte uns dass sarah drogenabhängig ist und sich auf eine menge verrückte scheiße einließ und mit drogen meine ich über dosis und tod in einer gasse nicht raucht mal einen joint und guckt dabei anime als rachel ein baby war nahm sie drogen statt sich um rachel zu kümmern die dinge wurden so schlimm dass james rachel davon wegbringen musste das komische ist selbst als james von sarahs furchtbaren taten sprach wirkte er immer noch auf sie fixiert würde ich mal sagen man konnte sehen welche macht sie über ihn hat tatsächlich konnte ich nicht anders als an rachel zu denken als er davon sprach wie beliebt und faszinierend sarah war ob james es auch so sieht vielleicht hat er deshalb solche angst vor ihr jedenfalls ist sarah jetzt in akalia bay und will rachel treffen nachdem sie jahrelang james geld annahm um weg zu bleiben für sie plötzlich eine beziehung zu ihrer tochter james wirkt skeptisch und rachel ich kann mir nicht mal vorstellen was sie gerade durch macht und ja ach ja genau episode 1 hatten wir alles außer glückliches bald da haben wir zu episode 2 haben wir total versagt ich habe vier dinger vergessen und ich weiß nicht wie naja und episode 3 land der freaks porträt der überlebenden tägliche schwanz fotos ok ich dachte da würde schwarz fotos stehen aber steht da wirklich schwanz foto folterplan schwie schmieriger schleim unbeachtete warnung brüderliche extremität snack box leere wand und schreiben des staatsanwalts ja haben ein bisschen was zu tun ok und wir haben eine nachricht und haben wir eine gruppen sms bekommen wir sind jetzt in einer gruppe in der waren wir vorher nicht okay und zwar dana rachel und chloe wo seid ihr zwei wir sind auf der party der besetzung und juliet ich habe rachel schon acht mal getextet dann waren wir hey ich glaube nicht dass wir noch kommen chloe du solltest kommen ja chloe du warst großartig süße hey chloe super gemacht danke aber ich kann nicht aber du warst umwerfend ich gebe sogar zu dass mr keaton ein wenig enttäuscht gewirkt hat als ich aufgetaucht bin im ernst komm einfach bringen rachel mit tut mir leid leute okay so rachel ist jetzt nach oben gekommen und hat sich hingelegt möchte dementsprechend alleine sein wir werden ihr aber trotzdem mal nachgehen trotzdem gucke ich erst mal hier noch mal rum ich weiß gar nicht ob wir uns schon alles angeguckt hatten wie gesagt tagebucheinträge und sms werde ich vorlesen und alles was mir wichtig erscheint aber so sachen halt lasse ich kurz stehen und ihr könnt euch selber durchlesen und wir haben da eine akte und sie stecken alle unter einer decke das ist ja mal sehr interessant rachel only knew half the truth when she said that fire what if she'd known everything hard to argue that rachel would have had a better life with sarah but does that make what james did right da ist nichts mehr gucken wir uns mal den kaputten tisch an rachel completely destroyed the table war richtig zerstörte obwohl ich ganz ehrlich sagen muss aber eine geile aktion von ihr und caes there's worse things than growing up around fancy stuff like this so weird to look at this now hmm rose können wir ansehen wir können mit ihr reden hier hängt irgendwas das können wir nicht benutzen also gucken uns Ja, Mann. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass du hier bist. Danke. Aber warum? Als Rachel spricht mit all of das, ist es ein Relief zu wissen, dass sie mit dir sprechen kann. Wie geht's dir, Chloe? Wie geht's dir? Ihre Generation lief zu sprechen, über wie es andere Dinge gibt. Na, das muss ja ziemlich wunderschön sein, glaube ich. Es ist okay. Rachel ist die Person, die wirklich schrecklich ist. Sie hat alle Reise. Es gibt viele Dinge in der Vergangenheit. Es gibt viele Schmerzende Dinge in der Vergangenheit, including meine eigene Rolle in Hidung die Wahrheit. Es ist egal, wie es es ist. Du bist nicht lief zu jemanden, du liefst. Du könntest richtig sein. Aber kann jeder von uns wirklich wissen, was wir würden in seiner Situation tun tun? Er ist ein Vater der 15 Jahre alt. Ich weiß, er lief Rachel mehr als alles. Ich bin froh, dass du ihn schreckt hast, nach dem, was er gemacht hat, nach dem, was er in der Overlook getan hat. Es ist vielleicht schwer für dich zu verstehen, aber nach 13 Jahren der Beziehung, ich bin nicht verletzend von dem, was passiert. Du bist richtig. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Du musst dich über mich oder James beschäftigen. Rachel ist diejenige, die dich jetzt braucht. Du denkst, Sarah ist gefährlich? Ich habe nie gesehen, also ich weiß, aber ich bin verletzt, dass ich mich in meinem Vater vertraue. Sein gesamtes Leben geht um Menschen sicher zu halten. Rachel ist extrem glücklich, ihn als ihr Vater zu haben. Danke. Danke, Chloe. Also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Also wenn mein Freund oder meine Freundin oder mein Mann oder meine Frau anfangen würden, also auch nach 13 Jahren, ehe irgendjemand anderen küsst, selbst wenn er oder sie denjenigen erst das letzte Mal vor Jahren gesehen hat oder sowas und das ein angeblicher Abschiedskuss ist oder so, ich würde mich auch nicht bedroht fühlen, aber gefallen würde mir das definitiv auch nicht. Da wird es schon ein paar Strattereien drüber geben. Wollen wir uns mal Jamesy schnappen? Es könnte es viel schlimmer sein. Meine größte Angst ist, dass Rachel versucht, zu treffen Sarah. Ich habe es schrecklich. Also, das ist warum Sie nie gesagt haben? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah, but Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Oh, I had these stars. Oh, I also had these stars. Der Globus ist megageil. Ich brauche einen Weg, um Rachel zu zeigen, dass ich hier für sie bin. Ich habe schon lange nicht mehr für Rachel da sein. Ja, erstmal umsehen, ne? Rachel hat so viele Inspirations, sie kann sie gar nicht verhalten. Denke zuallererst daran, dass du geliebt wirst. Seid zuallererst gewappnet. Hm. Rachel even knows how to make a dinky lamp look cool. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so, uh, alone. Ich bin auch Krebs und ein Ex-Freund von mir, ähm, ist auch Löwe. Löwe und Krebs Scheitelpunkt. Wer am sich Scheitelpunkt geboren ist, schwankt zwischen der theatralischen Natur des Löwen und der sensiblen, introvertierten Natur des Krebses. Die Stimmung der Träger dieses Zeichens kann sich von einem Moment zum nächsten verändern, denn ein Gleichgewicht zwischen diesen Zeichen ist oft schwer zu finden und noch schwerer zu bewahren. Stärken, kreativ, leidenschaftlich, liebevoll, hingebungsvoll, diplomatisch, schwächen, egozentrisch, sprunghaft, besitzergreifend, dramatisch. Trauerweise trifft das alles zu. So. Erstmal anmachen. Das war cool. Das Nachtlicht heller machen. Ich würde jetzt sagen, das normale Licht ausschalten, aber... Ähm... Rachel steht ziemlich auf diese ganze Esoterikklamotte, ne? So, oder Persönlichkeit und das alles. I could get grades like this. I just don't want to. Einser Schülerin. Also schon? Hey, you always be safe. Sure. Au, but from who? Taschenlampe, okay. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Hab ich mich jetzt erschrocken. Mutter, ey. Sie schreiben noch. Kann ich jetzt? Nö. Der war ja gut. Ach, hat mir passiert. Ich weiß, es war in letzter Zeit, äh, letzter Minute. Es freut mich, dass es dir gut geht. Es wäre schön, dich heute Abend zu sehen. Kommst du nach Hause? Bitte, Chloe, ich vermisse dich. Chloe, ich schließe nicht ab, falls du deinen Schüssel vergessen haben solltest. Bitte komm nach Hause. Es ist auch egal, wenn es nach der Ausgangssperre ist. Mama, ich kann gerade nicht. Bitte. Ja, Muri, kann gerade nicht, Mensch. Mehr nicht? Nein, mehr nicht. Rachel's always made being an A-Student seems so easy. Almost sad to see all this effort. I think Rachel could use another subject. For which one? Anna, to me, ist gut. Natürlich retten wir die Blumen. Och, ne Rose. Ja, das ist schön. Wow, der Klobus ist so geil. Mega geil. Ja. 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 So, dann machen wir jetzt erstmal das Nachtlicht. Ich glaube, man muss jetzt erst Taschenlampe. Ah! All ready for Rachel's light show. Better get her attention first. Wish there was some way to make this brighter. Da sie ja so auf Sterne steht, passt das doch perfekt. Hey. Check it out. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? It reminds us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, then what's the point? It's all lies. Everything. My entire life. My dad. My mom. If I can't even call her that anymore. And that other woman, my real mom, she's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Hmm. I'll take it. Even if it's only by process of elimination. Good. I wore this bracelet in my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. Ich denke, wir bleiben noch ein bisschen liegen. Und dann ist die Folge eh gleich vorbei. Die beiden sind einfach so süß zusammen. Und ich denke jetzt erst so richtig drüber nach, wie traurig die ganze Story ist, dass Rachel tot ist. Und dass Chloe echt die ganze Zeit dachte, dass sie abgehauen wäre ohne sie. Dabei hätte nichts Rachel von Chloe ferngehalten. Oh Gott, wenn ich das richtig drüber nachdenke. Dann möchte ich am liebsten diesen Lehrer und richtig in den Arsch pülen. Okay, meine Lieben. Ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020